Ich frage gerade, ob er testweise die Reset-Gruppe von Rapid Fire reinnehmen kann. So jung, die habe ich immer drin, die ist voll heftig. Weil irgendwann kommt man immer an den Punkt, wo du quasi Penetrating benutzt, weil alles andere auch cooler ist. Und wenn du dann Reset oder Rapid Fire hast, dann spammst du natürlich Rapid Fire. Ich habe gerade erst den Launcher geändert, das ist gar nicht mehr. Ja, das ist ganz cool, ne? B. 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 B.